Holiiiiiii, warum kommt denn immer gleich so ein Oshiii? Oh, da hinten versucht es einer mit dem One-Shot Na gut, dich hole ich mir Sogar zwei So, jetzt bin ich dran Mist Komm her Okay, der scheint, wenn er jetzt der tot ist, dann wird er auf jeden Fall verbluten da oben Haben wir da unten noch? Einen, der auf den dicken Mully machen will Das war noch nicht alles Kilo, der Bot ist immer noch verbundbar! Wir müssen ihm Zeit verschaffen! Verteidigungslinie aufbauen! Oh Gott, jetzt kommen feindliche Wellen wieder Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich will erst mal gucken, was ich sonst noch finde Aber wir starten trotzdem mal Meine Waffe ist leer Ich will mir nur schnell einen andere holen Ich will mir nur schnell einen andere holen Na wie ne Bumschat Da haben wir nen Lancer, könnten wir später auch noch brauchen Ach, jetzt kommen diese Mistfiecher wieder, ey! Scheiße! Bitte! Ach shit! Oh ne ne ne, die da hinten Hm, okay Darf ich wieder snipern Ja, das war aber ne schöne Barrel Über den Hindernis Hauptschuss Sauber Noch jemand? Der sich drauf anlegt Ich will auch Granat wieder haben Na wein Oh shit! Wo willst du denn durchrennen? Ey, ich hasse diese kleinen Mistfiecher, ey! Das gibt's gar net Verzieht euch! Okay Haben wir den erwischt? Sieht so aus Hallo! Warum geht der ganze Spaß da unten ab? Oh, ohne uns Oh, bitte gar nicht Nice and tasty Hier, der ist für euch Jetzt muss ich schon wieder dieses Ding nachladen Oh, oder? Zeig mal die Action Warum versuchen die eigentlich nicht über die andere Treppe hochzukommen? Da haben wir eine viel schwächere Verteidigung aufgebaut Naja Manche lernen es nicht Manche lernen es nicht Ja, du sollst die auch nicht nehmen Sondern dafür den Mulcher Mulcher Komm So läuft das hier bei uns Ey! Nur weil ich den Mulcher wollte Lasst mich doch weg Oh Gott Oh Gott, jetzt hält der da zum unglaublichen Hulk wieder Die Waffe erhitzt aber übel Okay Der braucht den Kopfschuss um sich da drüben, ja? Mist, von der Position das erwische ich doch irgendwie nicht am Kopf Ist er put? Ja Ich weiß, aber Mist Okay, die lenken den ab, dann kann ich ja ihn mal retten Obwohl er es nicht verdient hätte Der Bot hat die Tür zum Rechner geöffnet Jetzt kann er sich direkt ins System hacken und die Startcodes holen Ich dachte, er holt die Startcodes schon Elliot hat ein Dutzend verschiedene Firewalls um die Codes, okay? Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet Jetzt bin ich bewaffnet Der Typ ist echt zu glasse, der Russe Ich geh mal hier in Stellung Na? Na? Was haben wir denn hier noch da liegen? Weil er ein Breach hat? Du brauchst nicht unbedingt Ja! Alles klar, die Uruk-Kaisen March to War Wo seid ihr? Kommt und holt mich Der ist aber ganz wütig hier Ach du Scheiße, warum hab ich mich hier hingehockt? Du bist tot als tot Ja, so siehst du aus Ja, ich hab dir nur geholfen Könntest dir mal ein bisschen dankbarer sein Hab ich euch zerfetzt ey, da ist halt Blut aber geflogen Scheiß Fischer Die sind schlimmer als Waage bei Herr der Ringe ey Wenn wir schon mal bei den Herr der Ringe anspülen sind Der krieg ich noch Wupsi Auf diese Nahassistanz kann ich doch nicht Okay, ich muss mein Glück von hier aus versuchen Alter, ich kümmere mich jetzt um die Scharfschützen da hinten Scheiße! Der ist an Bord, Hilfe! Der ist an Bord, Hilfe! Alter! Nein, den wollte ich gar nicht haben, diesen Schild Hallo, Hallo! Hallo! Okay, das Vieh hätten wir Ich muss mich um den anderen Scharfschützen da hinten kümmern Komm schon Wieso hat das eben nix bewirkt? So, jetzt brauche ich mir aber ne durchschlagskräftige Waffe Was ist das denn hier? Hm, ich brauche Irgendwas Was für kürzere Sistanzen Reinhaut Alter, sag mir jetzt nicht, dass da Oh Gott Oh Gott Oh Gott! Schnapp sich jemandens Gorge und fackelt es dir ab Hey, der Bastard hat unsere Volk getroffen sie schnapp sich Der hat doch nicht Sorgen, oder? Wenn ich den platt mache habe ich doch das was sie wollen Mist! Shit, man ey! Wissen die... Aber mit irgendwas muss ich die doch anzünden können! Mal sehen, ob die Knappen sind da eigentlich auch so... Bei... Wenn ich jetzt mal so sagen möchte... Mist! Mist! Irgendwas mit dem ich die anzünden kann! Dies kleinen Babsack brauche ich jetzt nicht! Okay, ich schau mal ob hier unten irgendwas zum anzünden ist, ansonsten in dieser Waffenkammer vom Prof... Wir brauchen einen... Den Trichter hab ich auch bekommen... Da haben wir's! So, wer jetzt verkokelt... Alter, wie viel hält ihr die denn aus? Was ist das denn? Stirb doch endlich! Shit! Jetzt stirb! Jetzt stirb! Ich hab... Ich hab... Wie viel Hits will die denn ey? Oh, neun... Scorcher! Ich hatte dieses Wispy angezündet und nix hat... Gewirkt! Hat der in Brandkanade gesagt... Ja toll! Warum zündest du die denn nicht an? Hm... Haben wir noch einen Scorch... Lanza... Knasher liegt da auch noch irgendwo? Hm... Wie kann ich dieses Misty anzünden? Komm schon... Irgendwo muss doch hier ein Scorch rumliegen... Das gibt es nicht... Ich hab die in Brand gesteckt und es wirkt nicht... Wieso wirkte das nicht? Wieso wirkte das nicht? Ja, schlau! Hier gibt es nix um dieses Misty zu töten... Ich hab's angezündet, aber... Das Bobgerät wird angeglitten! Ja, das ist mir auch klar... Aber die hat noch zu viel Energie gehabt... Warte mal... Ah, zur Not mache ich den letzten Kontrollpunkt... Wenn ich jetzt nix finde... Dass ich den mal lade... Alter ey... Gibt's ja nicht... Ich schau erstmal, ob ich was seh... Ich renne jetzt halt noch nicht, weil ich äh... Sonst was übersehe... Da kamen doch so viele Mutanten rein mit zum Feuer... Werfer... Werfer... Flammenwerfer... Wo sind denn die alle hin? Das gibt's doch nicht... Das gibt's doch nicht... Hm... Keine Wirkung... Also hab ich das Spiel wahrscheinlich schon wieder geglitscht... Ich schau jetzt noch, ob ich da unten irgendwas finde... Ansonsten lade ich einfach den Checkpoint... Wenn das irgend so ein Bug ist... Warte... Ich brauche keine Entzündungs... Muni, oder? Lachen wir mal den... Vorherigen... Kontrollpunkt... Wird ja hoffentlich der sein, wo gerade... Der WSAK auftauchte... Und dann haben wir wenigstens noch ein... Bisschen Chance... Alter... Soll das jetzt heißen, ich muss diesen... Meine Waffe ist leer... Soll das jetzt heißen, ich muss diesen ganzen Angriff neu starten? Keine Gesichter! Oh neee... Verarsch mich doch... Okay, den hat's aber schön zerlegt... Den hat leider keinen Beifolgen gelassen... Gibt's hier Muni? Nein, gibt's nicht... Ich würde meinen Snipergewehr eigentlich nur aufheben... Hm... Hol' ich mir einfach erstmal ne andere Waffe... Zum Beispiel ein Lancer... Lancer Dancer... Oh... Muss man den Wind... äh... Muss man den Geschütz wieder umrichten... Muss man den Wind... äh... Ach, so'n Vieh war da auch?! Das hab ich vorhin gar nicht bemerkt... Das hab ich gar nicht bemerkt... Was willst du denn hier? Okay... Ich kümmere mich um die Scharfschützen erstmal... Der Schuss gegen den Slay... Aber der... Sass... Und der... Gut, next one... Kine... Nun mach doch nicht so'n Ufstand hier... Ich will deinen Beil haben! Mist... Wieso darf ich seinen Beil nicht haben? Komm mal mit... Es macht mehr Sinn, wenn ich diesen Sentinel da hinstelle... Oder dieser Bot ist... Weil wir ja bekanntermaßen wissen... Dass da bald Reiter noch kommen... Und auf die hab ich gar keinen Neff... Nice... Wer ist denn hier? Wer will nochmal... Wer hat noch nicht? Nimm Dreh dich jetzt in sein Gesicht... Oder zu Säbel ist... Neee... Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Ich musste noch einen chirurgischen Eingriff vornehmen... Mist... Ich wollte nachladen und hab's da unten... Äh... Ist der wohl mir geglitscht? Wir wissen ja... Der Spielchen... Hinterteile abschießen... Hahaha... Der kam tatsächlich nicht die Treppe hoch... So... Berserk-Action geht gleich wieder ab... Ja... Ja... Wo sind Gegner... Selber Idiot... Ich denke ich hab verstanden wie es laufen muss... Ich muss sie anzünden... Ich denke ich hab's verstanden... Ich muss sie anzünden... Dann abschießen... Und dann... Rinse and repeat... Wie man so schön sagt... Dann nehmen wir doch am besten eine Shotgun... Ich denke ihr verpufft sich an... Wie ich mir gedacht hab... Wenn die Haut in Brand steckt von diesem Mist... Wie kann man's angreifen... Komm schon, Hilfe... Was hat mit einem Schlag... Alter... Was mit einem Schlag unser Geschütz... ... zerfetzt... Hey, der Gott braucht Hilfe! Aber trotzdem... Och... Ich denke es ist übelst viel Damage ein, ey... Komm schon, jetzt stirb, Alter! Wieviel... Mist... Wieviel Hits braucht denn das Vieh? ALTER! Boah, schon wieder abgekühlt. Schaffen erlegt, ALTER, das war ja eben ein Ding. Der Bot ist hier fertig und wir auch! Auf geht's! Na, wir haben ja Börs noch mit. Wir hatten die Startcodes und zogen ab. Ich war überrascht. Ein paar der Willen, die wir gesehen hatten, gefielen mir irgendwie. Wenn das alles vorbei ist, hole ich mir vielleicht eine. Ist ja keiner da, der Nein sagen könnte. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Achso, den Bot folgen oder was? Das einzig war, alles klar. Oh, diese Kunden.